Schatzi, wir haben hier schon drei Hunde, drei Hunde, Stöpka, 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 gerade sind schon hier drei, Stöpka hat schon zwei Freunde, ja, ja, nicht nur Tyson, sondern noch einen kleinen Hund. Stöpka, Stöpka, jetzt ist der weg, jetzt ist der weg, Chetri, Chetri, bestimmt kommen hier rein, hast du die auch schon mal gesehen, den dritten? Da, der ist schon hier drin, auf dem Grundstück, ja, irgendein kleiner, ja, von wem ist denn der dritte? Hör mal da, ich hab schon, ich hab schon mit dem Tyson Probleme, der macht mir alles kaputt, der nimmt die Klamotten weg, die Schuhe, oh, da ist immer noch dieser Wind. Soll ich lieber zumachen? Ne, lass auf, gut. Schöne Sonne. Schöne Sonne, aber starker Wind. Ui, Schatzi, lass uns schnell aufstehen, es ist schon halb acht. Stöpka, guten Morgen. Na, hast du schön auf das Haus auf? So, dann lass uns mal die Tiere aufmachen. Hier hat heute keiner gesessen. Sehr, sehr unloyale Gänse. Wollen nicht sitzen. Na, kommt's. So. So. Dann rühren wir die auf, dann kann sie sich so viel guselten. Wie geht's? Ihr sollt nicht schreien, ihr sollt euch mal hinsetzen. Aber guck mal, wie schön die Blumen, wie die gekauft. Wir hatten sie damals in Berlin gekauft, glaube ich, die Zwiebeln. Und da sagte Natal, der noch, ich glaub gestern oder noch vorgesehen, da hat sie gesagt, schade, schade, dass wir da nicht mehr gekauft haben. Die waren im Angebot. Und hier, die gehen auch. Auch schön. So, ich schau die mal gern. Hä? Ja, erst mal Strecke, ne? Sehr gut. Gestern war so viel Regen. Den ganzen Tag überhaupt nicht schön. Hier dieses Dach ist mit. Da hab ich solche Plastikbächer gemacht, um das Holz abzudecken. Ist mir komplett so weggeflogen. Muss ich heute irgendwie mal festmachen. Auch der Wind ist immer noch. So, kommt mal raus. Habt ihr gut geschlafen? Rasselbande. Mach raus. Hier gibt's Futter. Ja, nicht streiten. Ja. Kommt. Wenn ich hier so stehe, dann kommen die nicht gerne raus. Sind die irgendwie schiss. Ja, kommt. So, machen wir die Hühner auf. Was ist da los? Er kommt doch raus. Oh. Bye. Oh. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und wie ist das wetter draußen frisch aber so ein bisschen wind gestern war ganz schlimm genießen wir den schönen tag salzendroschke noch ein bisschen salzen könnte man aber dieser schenken und ich es den jetzt brot wir haben den sehr gut geräuchert sehr gut geräuchert und alina hat den schön geschnitten wir hatten ja besuch das ist unsere wunderschöne schwiegertochter nicht unsere schwiegertochter von meinem bruder die frau heißt schwägerin wunderschöne schwägerin von wem von wem ist denn hier noch ein hund von wem bist du kind du bringst hunde hier vom ganzen hier umgebung vom ganzen dorf bringst du hier deine freunde ich will die haben sich richtig erschrocken nun nicht meine angst zu haben das sind kein kleines kind wie so ein kleiner bär aber der geht immer auf dem grundstück die ganze zeit geht auf dem grundstück keine angst katrusia keine angst ich merke dich jetzt keine angst alles gut alles gut die tiere sind ein bisschen erschrocken jetzt so jetzt habe ich der pute da aus der aus der hunde bude da wo unsere stöpkas bude immer war ja sein häuschen haben wir jetzt puten erst gemacht und zugemacht und da sitzt jetzt meine pute auf sehr vielen eigenen oder nicht eigenen eilen welche schöne wolken die musste ich gerade filmen schön sind die was für schöne wolken was für schöne wolken ich habe mal gehört dass die schönen wolken sind in schweden stimmt das wir haben eine sehr nette zuschauerin aus schweden vielleicht kannst du uns sagen ob das stimmt dass die schönsten wolken sind in schweden es gibt kein land oder sowieso die erde die erde ist die erde und die ist überall schön die ist gar nicht auf länder geteilt einfach nur schön ne elvis elvis ist ein ui der christian schreit gerade sehr böse auf den hund ist der christian böse geworden stiopka du kriegst gleich so ein streit ich habe gehört den christian ich weiß ich weiß auch warum du böse geworden ist schatzi guck mal welche wolken wollte die schuhe schon klauen guck dir das an und keiner sagt was nicht der tomko nicht der stiopka aber die hat das brot von den hühnern geklaut ich habe sehr gutes brot ich habe so ein schönes brot gegeben hatte von den hühnern schon weg mit dem ganzen brot weg ja schon wie schnell und da frisst er den zu hause nee also das ist schon sehr gemein ich kann nichts meinen hühnern schenken mama hat mir so ein leckeres brot mitgebracht für die hühner hat er gestohlen man ich bin ich bin und nach hause geklaut und gehe zu hause fressen boah wie schlau fress zu hause weil da frisst wir müssen diesen nachbar anrufen wir haben den mit dem auto gerettet und der tut sein grund immer frei laufen zu anderen leuten zum beispiel stiopka geht nicht zu anderen leuten und klaut alles der war noch nie bei anderen leuten was ist das was soll das ich habe so mama hat mir so teures brot gebracht jetzt habt ihr das nicht man das war so ein schönes brot so jetzt habt ihr das nicht toll das ärgert einen so was tomko tomko lass die bonnie in ruhe nein bitte nicht die ist noch so klein mir fehlen jetzt noch noch mehr kätzchen die fremden kätzchen sind auch nicht abgeholt die schreien der ganze tag die ganze nacht auf perlhühnereier jetzt ist die mir weg das war so eine dunklere jetzt suche ich die das ist die nicht wo wir haben die wir haben die alles weggeräumt jetzt kann man hier so gut laufen wo ist diese dunkle wut so eine schmerze wo ist diese dunklere wut so eine schmerze bocku 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 ist sehr böse heute sehr heute sind alle böse tyson hat so riesen brot brot für ein kilo brot habe ich den hühnern eingeweicht in molke von ziegenkäse eingeweicht und hier auf das korn hingelegt mit eierschalen und alles dieser schwein kommt und klaut mir dieses riesige brot sogar mein herz hat weh getan richtig mein herz tut weh wegen diesem brot nur was soll da solche diebe ich rufe diesen nachbarn an ich sage nur wir haben sie gerettet mit dem auto mein schatz musste nachts rausgehen und sie machen uns sowas dass ihr hund uns alles alles stiehlt das sind sehr sehr teure sachen mama hat brot gebracht das ist solche ehre das ist diese schwärze glaube ich ich werde die gleich schnappen ich bring die auf die armen perlöhne die werden jetzt auch alle abkühlen weil eine nacht saß sie drauf bonny du musst abhauen du bist noch ein kind guck mal was der macht ihr habt geschrieben liebe freunde kastrieren wo soll ich den kastrieren sowas machen wir gar nicht hierher drauf gibt es sowas nicht höchstens in der staat vielleicht irgendwo in kiev kiev wer weiß wo das ist hauptstadt das ist hier weit weg von hier ich könnte ich könnte das auf dem tom nicht antun einfach nicht machen ich mache ich halte dich bleib bei mir auf der hand auf dem arm bonny bleib auf dem arm ja ja ich gebe dir die milch weg der soll dich in ruhe lassen das ist 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 dein das ist das ist das ist das ist das ist das ist Nein, nein, ich gebe dir nicht. Nein, die bleibt auf meinem Arm. Ich gebe dir nicht. Du alter Jäger. Oh ja, ich beschütze dich, ich beschütze dich, Boni. Nein, du kriegst die nicht. Nein, das hilft dir alles nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Nein, nein, Boni, nicht gehen. Nicht gehen. Schatzi, hast du denn die Nummer zu diesem Nachbar, den du gerettet hast mit dem Auto? Ja, ich glaube aber, dass der im Moment nicht da ist. Schatz, der hat, Schatz, ich muss, ich muss, guck mal, guck mal, der hat mir das ganze Brot gerade und jetzt hat schon Kascha diese, diese, diese Mischung, diese Mischung für die Hühner, jetzt frisst er auch noch. Und ich kann nicht hinterher rennen, ich muss noch melken, ich habe keine Zeit. Ja, ja, hier wollte ich das Tor machen, siehst du, das Tor, machen wir da ab und machen wir hier dran. Aha, aha. War es einfach. Und der Zaun kommt dann hier, ach so, hier leider sitzt jetzt der Garten. Ja, dann soll sie da bei uns sitzen erstmal, man darf die nicht verschieben. Nein, nein, ich weiß, aber wenn ich mal nicht sitze, vielleicht nachher oder so. Du willst den Zaun, das wird auch, das wird auch Stop-Check sein, ja? Ja, das ist auch noch, und das hier drehen wir um. Aha. Und das wird dann hier mit dem Zaun integriert, dann können wir hier rein. Dobre. Und dann geht der Zaun gerade aus nach da rüber. Okay. Aber das, um das umzudrehen... Du willst für die Gänse nur dieses Bereich lassen, praktisch, nur von hier bis nach da. Für die Gänse. Ja, aber das ist ein Klauch, und die können ja nach da draußen, die können ja überall laufen. Ja, ja, die laufen ja jetzt schon überall. Die laufen ja sowieso überall. Ein paar haben sich hingesetzt, ich hoffe, dass die sitzen. Mal gucken. Das sieht krummisch an. Krumm? Ui. Ui, da drauf gestürzt. Ja, das gestürzt. Die Marucia kann ja in der Zeit haken da. Kann sie. Soll ich ihr zeigen? Ja, zeig ihr das mal Marucia. Marucia kann ja in der Zeit haken. Ich zeige, wo die Gänse. Ich zeige, wo die Gänse. Oh, das ist das. Aber ich bin schon so. Schatz, ich bin nach Paan. Ja, ich bin nach Paan. Ich bin nach Paan. Oh, mein Gott. Ich bin nach Paan. Oh, mein Gott. Ich bin nach Paan. Ich bin nach Paan. Ich bin nach Paan. Oh, mein Gott. Ich bin nach Paan. Der kommt schon so nah dran an uns. Der will schon die Milch. Nur Leute, was soll ich machen mit diesen Nachbarnshunden? Der andere Hund ist auch von ihm. Christian hat ihn gerade angerufen und hat gesagt, wo Leute, mach was. Egal, was wir Hühnern geben, ist immer sofort weg. Meine Hühner können sich überhaupt nie satt essen. Ich gebe Futter, das ist in einer halben Stunde alles weg von Tyson. Oh, und jetzt geht er da rein. Der weiß, da ist auch noch ein Stück Brot. Guck mal, der weiß, der hat ganz genau gesehen, dass da auch noch ein Stück Brot liegt. Ich habe keine Nerven mehr hier. Man hat nicht mehr hier die Nerven. Weil der Mann ist arbeiten. Der Mann ist arbeiten und ich habe solche Ärger hier. Ich kann hier nicht den ganzen Tag beim Hühnerfutter stehen. Er hat mir hier überall das Gitter gerissen. Überall hat er gerissen. Hier überall gerissen und da geht er rein. Die Hühner picken friedlich ihr Brot. Picken und trinken friedlich, aber keine Chance. Brauchst du keine Chance. Picken und trinken. Picken und trinken. Musik Liesbärfutter. Musik 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 Jason, ich bin sehr sauer auf dich. Wie lange willst du alles von uns auffressen? Musik 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 Liebe Freunde, guckt mal bitte meine Küche an. Milch noch nicht gemacht. Kartoffeln gebracht, noch nicht geschält. Das alles vom Frühstück noch nicht gespült. Hier steht Unmengen. Löwenzahn wird extra gewaschen für Salat. Das alles drunter ist für Sauerampfersuppe neue, schon wieder. Speck benutze ich auch für Sauerampfersuppe. Speck. Fisch habe ich rausgeholt aus dem Gefrierfach. Muss ich auch noch irgendwas machen. Eier muss ich kochen. Hier sind noch alte Eier, was die Puten wollten nicht, haben verlassen. Muss ich für die Katzen kochen. Und frische Eier muss ich auch kochen. Also muss ich noch mal Eier holen. Gehe ich noch mehr Eier holen. Tag, Milch, wohin? Hier habe ich noch Quark zu machen. Quark kann man auch schon bald machen. Morgen. Mache ich morgen. Wow, also die neue Milch mache ich hier dann. Das ist zu gut. Ah, übrigens hier kann ich das kochen. Hier kann ich Sauerampfersuppe kochen. Das ist ein großer Topf. Und hier kann ich die Milch reintun. Ah, und meine Haare ist auch schon ganz grau, so ein bisschen gräulich schon. Leider, weil ich schon älter geworden bin. Da muss ich die mit, mit, wie heißt das? Mit Henna, mit Henna jetzt färben. Mit Henna färben. Also das muss ich auch noch machen. Puh, und dann habe ich um vier Unterricht. Also jetzt schnell Gas. Gerade Tiere angebunden. Jetzt schnell Gas anmachen. Gas schalten und das alles schnell aufräumen. Los, los. So, jetzt ein bisschen vorangekommen. Milch ist schon fertig gemacht. Ja, nur Eier nicht geholt. Aber ein bisschen vorangekommen, ein bisschen gespült. Jetzt mache ich hier Reis sauber. Und die hier mache ich Giersch, Brennnesseln wieder. Das alles muss sauber gemacht werden. Das sind sehr viele. Solche alte Gräser, die muss ich jetzt alle hier sauber reintun. Löwenzahn, das ist schon dritte Wasser, wo ich das wasche. Habe sogar ein bisschen Baking Soda, ein bisschen Backsoda reingetan. Weil, ähm, war sehr sandig. Und sehr, ziemlich nicht sauber für Salat. Ähm, Vollkornreis nehme ich heute für Sauerampfer-Suppe. Aber wirklich nur eine, zwei Handvoll. Oder eine große Handvoll. Wer große Hand hat. So, weiter. Das alles noch schnell sauber machen. So viel. Schon sauber gemacht. Alles sauber. Das ist alles Sauerampfer. Und das sind hier nur noch solche kleine Stückchen und Gräser. Ich kann die auch noch lassen. Und noch später, aber jetzt keine Zeit. Ich muss schnell kochen. Schnell Mittagessen machen. Gleich kommt Marusa und Christian. So. Kann man auch wegschmeißen. Und jetzt habe ich hier nur noch solche Dreck. Und hier alles schön sauber. Jetzt schön waschen. Das wegschmeißen. So. Waschen. Und weiterkochen. Kleinschneiden dann. Kartoffeln schälen schnell schnell. So. Wieder gleich Suppe. Karotten, Sellerie, Kartoffeln, Zwiebeln, Butter. Nimm ich jetzt alles, was ich habe. Vollkornreis, zwei Löffelchen. Anbraten und dann mit Wasser füllen und kochen. Wenn das gekocht ist, ausschalten und ganze Kräuter da rein. Und Schatz, wann gibt es Mittagessen? Und Schatz, wann gibt es Mittagessen? Schatz, wir sind noch nicht ganz fertig. Waschen, waschen wäre kein Problem, das Grüne. Aber ich musste die ganzen Gräschen rausholen. Und solche alte. Oh ja. Das hat eine Stunde gedauert hier. Schneid schön langsam. Macht ihr nicht. Und das ist jetzt unser Sarat für heute. Nee, nee, Suppe. Ah, Sauerampfer. Ach so, okay. Sauerampfer, Suppe. Da, ich zeige dir. Ja. Ich zeige dir ganze Content. Hier Suppe kocht. Gleich kommt Grün da drauf. Und dann wird es zu sauer. Ja. Hier Schweinespeck wird zu schwalzt gerade. Mmh, lecker. Hier kochen noch Kartoffeln und die essen wir mit Sauerkraut. Und hier, was das hier? Fisch liegt hier oben. Fisch muss ich auch noch machen. Hecht. Hecht. Und hier liegen Eier. Schon gekochte, die musst du gleich abgießen. Und dann, siehst du Schatz, das kommt jetzt hier. Ja, ja, alles nur am Arbeiten, am Schuften. Hör mal, weißt du eigentlich, ob es Hecht auch in Deutschland gibt zu kaufen? Klar. Gibt es auch, ja? Warum? Nee, ich dachte, der Hecht wäre so ziemlich selten. Ich dachte, das gibt es nicht so unbedingt im Kühlregal. Aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, das ist sowieso von der Farm, ne? In Deutschland gibt es alle. Nee, das ist nicht von der Farm. Meiner ist wild gefangen. Meinst du? Nicht meinst du, da steht drauf. Ah. Ich sage dir sogar gleich, aus welchem Land, wenn du willst wissen. Ja, sag mal. Interessant. Wo gefangen? Wo ich brauche. Ich brauche. Brille. Brille und ich brauche. Das ist ja nicht so wichtig. Nicht, nicht, nicht. Nicht so wichtig. Steht nicht. Letztes Mal stand der Fisch, den ich gekauft habe, gefangen in Norwegen, gefangen da, da. So. Aber diese steht drauf. Ist egal. Schmeckt gut. Schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr gut. Letztes Stück zu schneiden. Mensch, ich habe viele Brüche. Was hast du hier drin? Das sind Kerne. Ah, Sonnenblumenkerne zum Knabbern. Hast du dir die Mama mitgebracht? Aha. Das hat mir Mama gebraucht zum Sitzen und Knabbern. Aber ich frage mich, wann sitze ich mit Knabbern. Ja. Immer was zu tun. Ui, 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 ui. Schnell reagiert. Was machst du hier mit der Milch? Morgen mache ich Quark. Morgen mache ich Quark. Und die andere Samen nicht für Käse. Ah ja. Noch Morgen Milch, dann mache ich wieder diese Salatkäse. War der lecker? Hast du den? Ach, du hast den mit Honig gegessen. Ich habe den mit Honig gegessen. Das schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Ich glaube, morgen kommt dieses Video, ne? Ja. Also Honig und dieser Käse ist einfach lecker. Das ist so wie... Ich habe gezeigt, das Rezept, ich habe gezeigt. Nur ich glaube, das kommt morgen, dieses Video. Ja, ja. Wir sind immer, damit ihr euch nicht wundert, wir sind immer so zwei, drei Tage, manchmal sogar vier Tage, äh, schneller. Mhm. Also was heißt schneller? Langsamer. Schneller am Leben. Schneller am Leben. Sehr gut. Wie viel das alles? Wahnsinn. So, ich zeige dann gleich mal weiter, ne? Ach so, hier hast du einen Salat für uns. Ja, genau. Löwenzahn ein bisschen. Bald gibt es die Blumen, ne? Für die Bienen auch. Mein süßer, danke dir zu filmen. Ja, ach so, das wollte ich dir noch erzählen. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Zuschauer auch dafür. Der Genick, den habe ich gerade angerufen. Ja. Und der Genick, der ist auf dem... Sag mal, Marusa, wie die schön warten aufs Mittagessen auch. No, Genick. Hast du mit dem telefoniert? Hallo, Marusa. Rewit. Die ist so fleißig warten. Ja, der hat gut gearbeitet. Der Genick hat gesagt, ihm geht es schon ein bisschen besser und vielleicht kommt er am Montag mal. Oh, echt? Ich habe ihm gesagt, wenn er am Montag kommt, dann kann ich ihm ja seine Bretter bringen, die ich ihm fertig gemacht habe. Vielleicht braucht er die. Ja, 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 genau. Er wollte mir dann vielleicht so ein Ölfass geben oder zwei. Aber ich glaube, nur eins passt ins Auto. Er wollte mir die ja verkaufen. Oh, das ist lieb. Ich will jetzt... Naja, gut. Du bist hier beschäftigt. Ja, gleich essen. Gleich gibt es Essen. Sehr gut. So, Schatzi, so sieht unser Süppchen aus. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Sahne dazu gegeben. Frische. Da drin hat noch Schweinehaut gekocht. Das gibt auch guten Geschmack. Und die Eier lassen die sich schälen gut? Ja, die Eierzehlung. Meins lässt sich nicht gut schälen. Das ist wahrscheinlich zu frisch. Meinst du, das ist wirklich so? Mhm. Wenn die sehr frisch sind, dann lassen sie sich nicht so gut schälen. So, ich habe jetzt schon mal ein Löwenzähnchen. Mh, lecker. Also es duftet wunderbar. Mhm. Das ist auch sehr gesund. Ganze, riesen Schüssel. Wie so eine Schweineschüssel Grünzeug, was da reingeht. Nein, aber das ist super. Mhm. Dadurch ist es auch super lecker und sauber. Schatzi, was probierst du da schon? Ich habe einen ganz kleinen Test gemacht von dem Marmelade. Mhm. Ich habe es mit der Stachelbeere. Und? Oh, Wahnsinn. Nach was richtet? Stachelbeere und Pflaume und alles. Echt? Echt? Wow. Ich will auch probieren. Mhm. Ah. Lecker. Was für Geruch. Wahnsinn, ne? Du musst das mit Wasser. Wie viel Prozent? Normal 43, aber du musst das mit Wasser verdünnen. 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 43, lecker. Okay. Du kannst das mit Wasser verdünnen auf ganz wenig, dann schmeckst du das noch mehr. Für mich braucht es 10 Prozent. Wie solche? So, jetzt probiere ich die Suppe. Mhm. Lecker. Richtig lecker. Danke, mein Liebling. Du hast ja bearbeitet. Guten Appetit, mein Süßer. Mhm. Mhm, danke. Ein zweites Gericht, Schatze, ist Kartoffeln mit Sauerkraut. Und Fleisch. Und Fleisch von Ziegenbürkchen. Das gleiche. Ziegenbürkchen. Lecker. Ja, warum, liebe Freunde, wundert euch nicht, dass Marussia nicht mehr da ist. Der Christian hat gesehen, dass Suppe nicht fertig war. Ist wieder arbeiten gegangen. Dann war die Suppe fertig. Marussia hat gegessen. Alles. Und mein Schatz ist dann zurückgekommen. Hat sich umgezogen. Und jetzt darf ich mit meinem Schatz essen. No, ist halt so. Ja, aber die hat gegessen und ist gegangen zu ihrer Mama. Hat dir heute gut geholfen, ne? Ich habe gesehen. Ja, wir haben noch ein bisschen was gemacht. Ich filme das nachher. Was sehr schön. Ich will die Veranda hier machen. Deshalb haben wir da alles auch wegräumt. Mhm. Erzähl mal dein Projekt. Also das Brennholz, was ja hier vor der Tür gestapelt war. Und das haben wir jetzt da hinten hingestapelt. Und ich will hier vorne so eine Veranda machen. Und ich habe nämlich jetzt ein bisschen umgeräumt. Und dann kam ich an diese Bretter, an die Bohlen ran, die ich für die Waren da gut gebrauchen kann. So, und da ich das Holz noch habe, mache ich das jetzt, damit wir so ein bisschen den Staub und Dreck nicht mehr so ins Haus bringen. Dann hat man hier so einen kleinen Stufe, ja, so eine Veranda. Schön. Aber ich muss sagen, wie schön du aufgeräumt hast. Wo? Nö, ich habe nicht überall. Lecker sauerkaut mit Kartoffeln? Ja, solange man jetzt, wenn man da so ein bisschen mehr aufgeräumt hat, macht das auch mehr Spaß, ne, zu arbeiten. Mhm. Aber das dauert halt bei uns ziemlich lange. Vielen Dank, liebe Zuschauerin, die geschrieben hat, bei euch ist nicht aufgeräumt. Mein Schatz hat so gut aufgeräumt danach. Ja, aber ich freue mich hier schon seit fünf Jahren auf, nach dem Brand. Ja, aber. Muss man ja immer aufräumen. Man räumt ja jeden Frühling auf. Ja, das auch. Das stimmt. Frühlings muss aufgeräumt sein. Oh. Schmeckt gut? Fleisch fällt vorm Knochen, sehr gut. Und Sauerkraut, sehr lecker, ne? Ah, und dazu? Ein paar Blättchen Löwenzahn, nicht vergessen. Ab und zu so ein Löwenzahn. Ich nehme mir auch einen. Ein bisschen Bitterkeit, so weiter. Aber so bitter sind die gar nicht. Wir haben noch viel Suppe für morgen. Viel, viel Suppe für morgen. Schön. 1, 2, 2, 4, 3, 4 te��h, 7 ہß. Ab und plötzlich prepararia时间 friendshipss. 1, 2, 3 네eras secretar changed. 0,5 Kvanis caräuter. Ich merk' total. Ja, of course. 4, 5 K's angst. Ich lerum. Ich mir das, per tehasen. je mich heir. Ich har zeta hol Oxford. 早is wird das Today. Ich werde hoider besonders viel Öffek. Bis zum справа was kenn Natools Lindas. Besides dasyorimag aufgeregriора. unter tomorrow. Musik 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 Ich habe mich gefreut, das war schön, Leute. Obwohl so viel Wind war, ne? Ja, und ich habe Unterricht. In 20 Minuten muss ich noch Eier sammeln. Okay. Dann beeilen wir uns. Ein bisschen Sport geschafft, ne? Ja, ist doch gut. Schon eine gute Runde gejoggt. Musik 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 Oh, ein bisschen weiter. Gute reichen. Bist du erschöpft nach dem Joggen? Ich bin schon ein bisschen nervös, dass ich nicht pünktlich schaffe. Wenn die Kinder jetzt kommen. Ja, ich höre schon den Hund. Da ist ja nicht schlimm. Hör mal, da kommst du fünf Minuten später. Oh, da ist somebody not amused. Du kannst noch den legen. Was soll ich machen? Ne, sieh. Ich zeig das jetzt. Ich helfe dir nicht, damit man mal sieht, dass du immer da oben so klettern musst. Ja, danke. Jeder hat seine Aufgaben. Jeder hat seinen Sport, ne? Tja. Oh, oh, schon? Die ganze Dinger voll? Ne? Ne, dass ich halt. Kannst du ihm nachfassen? Kannst du ihm nachfassen? Ja, da ist er noch. Kannst du ihm nachfassen? Na ja. Ja. Haben die denn auch genug, Sino? Sino heißt übrigens heute, wenn ich mich da einmal vertue. Ja, viel. und gab es ja auch noch was wofür ist gut das reicht doch schon mal nein was machst du denn hier weiß ganz genau dass du hier nicht rein darf weg hier verschwinde sehr gut mein akku ist auch fertig nach österreich schweiz tschechien jetzt hast du was angefangen costa rica thailand